Schnappt Hubi, den dreisten Dieb! Wo ist Hubi? Frag den Kompass! Er steckt bei einer weißen Kröte! Hilf uns Kompass! Einen magischen Kompass gibt's nur bei Schnappt Hubi, dem Kinderspiel des Jahres 2012! Wer hat den magischen Ring gestohlen? Wo ist der Dieb? Zucht im Schlosshof! Ziege, wer ist der Dieb? Er hat schwarze Schuhe an! Sprechende Tiere gibt's bei Wer war's, dem Kinderspiel des Jahres 2008! Entdecke ausgezeichnetes Ravensburger!